Und damit herzlich willkommen zum Part Nr. 40 KRC Gank Let's Play Leider ehrerliches 3D Spiel Über den Verlauf finde ich sehr sehr strittig Der Schiri wird wahrscheinlich hier wieder als hervorragend bezeichnet Aber da ist Buggy Wenn Schiri Fehler macht, wird das hier eh nie berücksichtigt Das ärgert mich einfach so Wir hätten 5 Punkte Vorsprung haben können Und wir haben auch in dem Spiel deutlich dominiert Wo kriegen wir es? Kriegen wir es irgendwo? Achso, hier direkt Schüsse 15, 15 Und die haben nur 1 auf 2 aufs Tor gebracht Und damit direkt das Tor gemacht Durch so einen Freistoß, der nicht unbedingt ein Freistoß war Ich glaube, klar wird das Diese Grätsche wird oft abgefiffen Aber ganz ehrlich Dann vergleicht das mit den Grätschen in der ersten Halbzeit Gegen Pascal Groß Und vor allen Dingen Guckt euch die letzte Aktion des Spiels an Ja, da wird mein Spieler Kastanje war es glaube ich Eindeutig umgeboxt Mit dem Arm umgeboxt Und dann kriegen die Abseits gepfiffen und kriegen Freistoß Das ist doch lächerlich Wo wir eigentlich Freistoß kurz vor dem 16er kriegen müssen Der wäre wahrscheinlich auch nicht reingegangen Aber es ist ja erstmal egal Es ist einfach so kacke Wenn du durch wenige Fehlentscheidungen vom Schiri Dann um die verdienten 3 Punkte gebracht wirst Dafür bin ich zu ehrgeizig Das ist bitter Kotzt mich auch an Aber egal Haken mal ab Ein Punkt ist besser als keiner Und ich will mich ja hier nicht nur Nicht nur immer beschweren Tut mir auch nicht gut Dadurch bleibt es halt spannend Toll Celle Vossen zum dritten Mal In der Elf des Tages Pascal Groß In der Elf des Tages Niklas Stark Natürlich auch eine hervorragende Leistung Und der Torhüter von Gent Der hat den wirklich den Arsch gerettet Ach Mann ey Das ist so unverdient Das gibt es gar nicht Die holen Espinosa Ablöse frei Alter Spiel Der ist gar nicht so schlecht Aber er hat kein Talent Ich glaube der hat gerade nur einen Talentstern gehabt Kann das sein Ist das bitter Wir hätten ganz ganz weit vorne stehen können So wir machen jetzt bis zum Januar auf jeden Fall Und dann ist die Aufnahme Session zu Ende War eine gute Aufnahme Session Auch wenn das Ende jetzt so Semi bitter ist Dominik Solanke wird zum Newcomer des Jahres Der ist von uns ausgeliehen Genau wie Salah Lehn Genau wie Lee Stark gehört uns selber Suat Serdar ist von uns ausgeliehen Und Fosu Mensa ist von uns ausgeliehen Das heißt von den 10 Spielern auf dieser Liste Sind 9 von uns Und jetzt sagt nochmal Ich würde schlecht transferieren Bitte So Senkrecht Starter der Saison Hanni Mukta Dinaya und Ndidi Warum taucht hier Ndidi aus Achso ja hier zählen alle mit rein Nicht nur Newcomer Aber dass wir dem auch nochmal so viel stärker gemacht haben Ist auch gut Trainingszentrum wurde erhöht Wir müssen aber mal hier das Bauhof ein bisschen Damit das alles schneller geht Das mit dem Ausbau ist mir immer alles viel zu langsam Knoche schlecht drauf Dafür kommt Projetta jetzt mit Pausen bleibt erstmal in der Startelf Mugta auch Wie gesagt der ist mir immer lieber als Vogt So mit Siebe Schrievers müssen wir uns was überlegen Es ist unter der Woche Da gibt es keine Spielergespräche Deswegen gehen wir direkt rein ins Spiel Gar nicht lange drüber reden Der Pfad wird wahrscheinlich noch lang genug Wenn wir den Anfang vom Januar noch mitmachen Den ersten Tag zumindest Sofortberechnung Zack Wir werden nicht verlieren 1 zu 0 Leon Bailey Kornaté kann es ja nicht machen Weil er auf der Bank sitzt Pausen mit dem 2 zu 0 Vorlage Bailey Beim ersten hat Maximilian Philipp aufgelegt Der jetzt wirklich auch starke durchstartet Den haben wir also gut aufgepäppelt Ich hatte da schon meine Bedenken Ich meine ich wollte ihn auch In der letzten Aufnahmesession fast schon wieder verkaufen Wer ich nicht ganz wusste wie wir ihn einsetzen sollen So Mugta mit einer nicht ganz so guten Partie Aber es ist alles halb so tragisch Und dann geben wir noch Spielpraxis Kornaté kommt wieder rein Vielleicht macht er ja noch eins Gelb sieht er auf jeden Fall Aber ein Tor macht er nicht mehr Schade So die anderen Ergebnisse Brügel gewinnt 3 zu 0 Standard Lüttich Gewinnt 3 zu 2 Gegen Anderlecht Gent verliert 5 zu 2 Jetzt haben wir unsere 4 Punkte vorsch Warum denn nur 4 Punkte Wir hatten noch gerade 2 Punkte oder nicht Achso Wird Brügel da vorgegangen Okay Jetzt verstehe ich das Macht Sinn Keli, Kado, Lemali, Hundidi Und das war es von uns Schwach So, das geht wieder nach oben Angebot für die Naja Abgelehnt Wer will den denn kaufen Bestimmt Basel oder sowas Oder tatsächlich die Bundesliga Aber so sehr hat er so gar nicht auf sie aufmerksam gemacht Wenn jetzt Angebote für Stark und Weiser und so reinkommen Wobei Weiser ist ja wieder verletzt Das ist wieder was anderes Aber ihr wisst glaube ich was ich meine Oder Kornaté Irgendwie sowas Durchschnittspunktzahl Haben wir leider nicht ganz so gut gefruchtet Warum das denn Wir sind Erster und waren zumindest in der Relegation auch super drauf Den braucht man nicht Palermo und United sage ich mal ab Beliebtheit Blackburn Rovers Die Engländer wollen die Naja wiederhaben Knoche könnte ich auch verkaufen mit 25 Gucken wir mal So, gehen wir erstmal weiter Nehm ich Spielergespräche am Sonntag noch machen Kronaté bin froh hier zu sein Alles ist gut Wunderbar Ich würde schon sagen Wir können doch gar keinen Montag haben Gehen wir mal tanzen Hier in der Fußballfreien Zeit Dann tun wir noch was für die Jugend Pus Rela ist in den Markwerten auch noch mal gut nach oben gegangen Ratsstube ist immer noch nicht fit Können wir starten und nicht mal sagen Glückwunsch vom ersten Tor Was ist das denn? Ist Rela immer noch in Form hoch? Das ist überragend Ja, was machen wir jetzt mit Vogt? Dem habe ich jetzt so einen kleinen Korb gegeben Mal gucken was damit passiert Wo ist das gut drin hier? Warum geht die Teamchemie schon wieder nach unten? Das verstehe ich nicht Reden wir da mit den Falschen oder was ist los? Ja, die Naja Für dich müssen wir uns auch noch was überlegen Ich hätte da schon eine Lösung Aber die gingen bisher noch nicht Hatte ich ja schon mal angesprochen So, Hanni Mukta können wir nicht reden Verbisst, hat nicht viel gespielt Ja, warten wir nochmal den Monatswechsel ab Wir werden auf jeden Fall Transfergewinn machen Gehe ich fest von aus Wir haben ja noch ein paar auf der Beobachtungsliste Die werde ich auch versuchen zu holen Zumindest die meisten Wenn sie den günstig zu haben sind Und ansonsten wird es noch ein paar Verkäufe geben Ich weiß es ist aktuell schwierig wieder mit den Verkäufen Weil wir gerade einen Lauf haben Und dann könnte sich die Teamchemie wieder so krass verschieben Dass der Lauf endet Aber das Risiko gehe ich jetzt einfach ein Ich will meine Mannschaft nochmal den letzten Schliff geben Ein bisschen verjüngern Obwohl sie nicht wirklich alt ist Wir haben keinen der 28 ist Mit 26 sind glaube ich unsere ältesten Aber trotzdem Ihr wisst ja wie gern ich hier auf die Jugend setze Und wir müssen uns ja noch Stück für Stück weiterentwickeln Noch ein paar edle Filigran Techniker holen Spieler mit Zukunft Nicht so ohne ihm jetzt was böses zu wollen Wie Kevin Vogt Der spielt bei Hoffenheim in echt Eine mega Saison Aber halt als Innenverteidiger Schrägstrich manchmal sogar Libero Mokta lädt sogar zum Essen ein Also der wird zum krassen Teamplayer Das ist ja der Wahnsinn Musa Konate wird dieses Mal nicht Spieler des Monats Aber drei herausragende Stürme Bart Stuber und Weiser brauchen noch einen knappen Monat um fit zu werden Das ist so bitter Niklas Stark erreicht Trainingsziel So die Maus hat immer noch ab und an Keine Ahnung was da wieder los ist Nervt halt minimal So mit den Gesprächen warten wir noch ein Tätchen So jetzt haben wir den ersten Januar Auf und Abwertungsrunde Bitte dich abschmieren Kastanje hat viel gelernt Didi rummelt um seine Person Dafür kann ich nichts Das ist so schrecklich Bailey geht berghoch Das ist gut Projeta geht nur Konstanz nach oben Genauso wie bei Pascal Groß Als Joker gut Plus vier Torriecher kann ich schaden Kardinale enorm stark Birahinho internationale Erfahrung Kevin Vogt als Joker gut Denier geht steil Mukta wahnsinn Wahnsinn Weiser gut stark Müsste auch nach oben gehen Jawoll Kusurela hat gespielt So im Jugendbereich Wunderbar So dann wollen wir mal gucken Was wir jetzt machen Freunde Erstmal die Marktwerte anpassen Und dann werde ich noch ein paar Teamänderungen vornehmen Wie angekündigt Die mache ich noch in dieser Folge hier Die Neier Hat erstmal ein Trainingsziel erreicht Und zwar zwei Hier haben wir einen Schnitt 72 Ansonsten ist 68 Eine gute Basis glaube ich So Hauptsponsor unterstützt Verpflichtung von Pedro Den kann man ja auf der Pressekonferenz vorstellen Genauso wie Bertrand Traoré Kardinale erreicht Trainingsziel Auch hier zwei Trainingsziele direkt Ist schon überragend der Kerl Stark haben wir den schon gemacht Den haben wir gemacht Ne haben wir nicht 70 73 Kusurela Hat doch einige Male gespielt War auch so nicht eingeplant Besteht doch Hoffnung Bei dem Kerl Jetzt muss ich erstmal gucken Ob das überhaupt alles so möglich ist Wie ich mir das gerne vorstelle Mit den Verkäufen Ob ich alle verkaufen kann Weil ja viele doch erst den Vertrag verlängert hatten So Niklas Stark ist auf jeden Fall explodiert In der zweiten Mannschaft Haben wir keine Spieler mehr Zum Verkauf würde ich gern anbieten Sadi Birahinho Das war ein guter Mann Aber können wir noch nicht zum Verkauf angeben Der ist flexibler als Birahinho Deswegen will ich den schon behalten Außerdem Kevin Vogt Den können wir sogar verkaufen Machen wir jetzt mit 12 Millionen Das reicht mir Dafür können wir schon zwei neue holen Bojata ist leider schon 27 Da müssen wir uns auch mal trennen Probieren wir es erstmal mit 6 Millionen Aber ich glaube da muss man noch runter Ähm Brrrr Badstuba ist halt 28 Und verletzt leider Gottes Probieren wir mal 9 Millionen Da haben wir jetzt Alternativen in der Linksverteidigung gefunden Knopfel 25 Da zendiere ich noch schon ein bisschen Genauso wie bei Core Mmh How I shiver inside Doesn't show what my nerves are inside out Is because you're not worth less than perfection Oh I thought it was in my hands Now I'm all confused Turning gold into sand 69, 69, 69 lange Pässe, erstmal kurze Pässe, so die gehen nicht mehr. Vor den Ecken, ist klar. So, ciao Pedro. Erstmal so als Einwechselspieler für Mukta oder halt Groß, der nicht mehr der Jüngste ist. Und auf Dauer, weil er noch jünger ist, kann er Stammspieler werden. Hat keine so schlechten Werte, wie gesagt, in der Offensivqualität mangelt es da noch ein bisschen. Aber ich glaube, da kriegen wir auch alles hin. Habt genau in unser System, jung, unbekannt, hungrig. Ja, dann kann ich Bera Indio verkaufen, das ist die Frage. Der wird sich jetzt mit Kussurela betteln, der jetzt erstmal einen Vorsprung hat. So, Knoche kommt hier hin und wie gesagt, dann noch einen Stürmer weg, dann passt das Ganze. So, ohne viel Aufsehen haben wir hier die ganze Mannschaft ein bisschen gepippt. Pascal Groß ist mir noch zu wichtig. Der wird noch nicht gehen. Bart Stuber hat Interessenten für 5 Millionen, das ist gut. Kevin Vogt noch nicht für 12 und Boyata auch noch nicht. Da müssen wir nochmal runter. Im Tor, Donnarumma. Leider nicht so günstig, deswegen raus. Weso, Innenverteidiger. Auch nicht so günstig, wie ich das gerne hätte. Aber halt eine Granate, ne. Gehen wir mal das Risiko ein. Dann. Amiri kommt weg. Gaudino kommt weg. Adam Maher kommt her. 5 Millionen. Auch nicht gerade billig, aber egal. Kriegen wir mit Vogt wieder raus, das Geld. Und mit Bart Stuber kriegen wir ja Wezo, so und so. Und jetzt den jungen perspektivischen Stürmer. Was hat er denn als Rechtsaußen für Qualitäten? Flanken, absolut grausig. Aber ein Rechtsaußen muss schon mal gut flanken können. Ne, ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Dann hole ich den lieber Ablöse frei. Gommes oder Zalto. Aber der ist nicht günstiger. Aber der ist nicht günstiger. Ist auch nicht günstiger. Dann halt keinen von beiden. Was haben wir sonst noch so auf dem Transfermarkt? Nichts. Aber nur per Laie, das macht keinen Sinn. Rashika. Flanken 79. Torräger ist ausbaufähig. Könnte ein guter Vorbereiter sein. Ist er günstiger? Ja, er wäre günstiger. So, machen wir erstmal das hier. So, dann herzlich willkommen Mittelstädt, herzlich willkommen Traorie und herzlich willkommen Pedro. Team Chemie ist nach oben gegangen. Das ist sehr gut. So, dann habe ich wohl ein paar Unruheherde eliminiert. So. Warten wir noch ab, bis wir unseren Firahinho noch verkaufen können. Gucken, ob wir hier noch einen Mentor vorbeischicken können. Was lernt der gerade? Mann, was mache ich denn jetzt hier? Rechts außen lernt der. Warum kommt man eben den nicht hinschicken? Ihr hier lernt, glaube ich, den links außen, ne? Da haben wir immer noch keinen Mentor vorbeischten. Naja, ich finde die Mannschaft steht. Sieht soweit ganz gut aus. Ich freue mich auf die nächste Aufnahmesession. Könnt ihr Daumen nach oben geben, wenn euch das hier gefallen hat. Ihr mehr sehen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Viele Links, die euch helfen können. Meine Homepage, mein Facebook, mein Instagram, meine Twitter-Seite, meine Patreon-Seite. Würde mich da über jede kleinere Spende freuen. Die hilft mir, jedes bisschen kann helfen. Oder warte mal, wir gucken gerade nochmal nach Spielern, bevor ich euch entlasse. Vielleicht können wir ja anders irgendwie noch ein Schnäppchen machen. Vielleicht ist hier noch was Neues Gutes dazu gekommen. Sieht aber schon mal nicht danach aus. Auslandsangebot, da noch was Gutes dabei. Adrian für 8 Millionen ist mir zu riskant. Die Reste passt nicht. Da wird wohl generell nichts dabei sein. Und hier auch eher weniger. Weil die Ausstiegsklauseln alle nicht greifen. Den kennen wir ja bestens. Moses Simon, das Talent. Leider nicht. Nuri, Nuan, auch unser Ex-Spieler. Aip, wieder zurück zu Liverpool gegangen. Denny, Sakkari. Alle Klauseln greifen leider nicht. Dadashov. Was hat der für eine Klausel? Alter Finne. Bei Abstieg darf er gehen. Okay. Dann gucken wir mal so nach günstigen Spielern. Oh. Nicht hält. Gabriel, Jesus. Vielleicht ist hier einer von denen hier. Boah. Godolberg ist steil gegangen. Alter Finne. Leck mich fett ist der steil gegangen. Das geht ja normalerweise nicht. Junge, 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 Junge. Bei Arsenal muss er denn bilden. Die wollen die trotzdem nicht abgeben, obwohl er nicht viel spielt. Selke, der neue Herthaner. Leider auch zu teuer. Haller, der Frankfurter. Da ist keiner dabei. Offensives Mittelfeld. Donis of DJ. Ist auch nicht gerade günstig. Taliska. 45 Millionen Klausel. Weißt du Bescheid, ne? So, links außen. Leymar, Balde, Göhme, Pulisic. Auch zu teuer. Serge Gnabry stagniert ein bisschen bei Bremen. Ein Tab. Dipp, dipp, dämm. Wir gucken nur durch. Nicht in Panik verfallen. Watschlaf Czerny. Auch nicht wirklich steil gegangen. Im Gegensatz zu Kaspar Dolberg. Ansonsten bin ich hier nichts dabei, das mich hier spontan überzeugt, dafür Kohle auszugeben. Und was haben wir denn auch für rechts außen? Die muss ich immer angucken. Tut mir leid. So, Philippe Andersson. Auch nicht günstig zu haben, schade. Bernardo Silva kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Und Malcolm brauchen wir uns nicht angucken. Das macht keinen Sinn, Willen nicht günstig zu haben. Sein wird Renato Sanchez. Das ist ja ab und an mal günstig zu haben. Aber hier nicht. Leon Goretzka leider Gottes auch nicht. Mittlerweile bei City. Nabi Keita. Mein Con, den hatte ich doch irgendwann schon mal. Oder nicht. Fred, den habe ich früher mir immer gerne geholt. Den Didim Cyprien kenne ich natürlich auch noch gut. Ist in einer Karriere mal richtig steil gegangen bei mir. Hinrichsen, den viele Herthaner gerne hätten. Aber es ist nichts dabei, der in unser Beuteschema passt und halt günstig ist. Also es passen viele in unser Beuteschema, aber die sind nicht günstig. Hier ist mal so gar nichts dabei. Passlack noch, aber der wird nicht günstig sein. 15 Millionen plusen, ey. Defensives Mittelfeld, da könnte man eventuell Core ersetzen, wenn hier was dabei wäre. Aber ich sehe hier nicht viel, außer den Donga, aber der wird nicht günstig sein. Das geht eigentlich, aber es ist trotzdem zu viel Geld. Ich will Schnäppchen machen. Boni bei Porto. Boni bei Porto. Boni bei Porto. Eihard. 68. Die haben gut eingekauft scheinbar. Hier bringt der Investor was bei 68. In echt ja eher so nicht. Hier der eventuelle Neuhertaner, Kerem Rekic. Aber keiner ist hier günstig zu haben, ey. Mann, Mann, Mann. Schade, 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 Lindelöf, der neue United-Verteidiger. Den Bimba, den kennen wir ja noch bestens, aber leider. Davinson Sanchez. Auch zu teuer. Mann. Mach doch mal ein Schnäppchen hier für mich. Bailey vielleicht. Der kommt bei United nicht zum Zug, aber ich glaube, der ist trotzdem nicht günstig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass... Doch, der ist günstig. Ui. Da müssen wir doch mal anfragen. Warum er bei dem nicht zum Zug kommt, weiß ich nicht. Aber soll mich gerade nicht stören. Hat sich doch gelohnt, hier ein bisschen geduldig zu bleiben und da nochmal zu suchen. Dann wird das hier eine richtig krasse Innenverteidigung eventuell. Fröhliche Musik. Wahrscheinlich freuen die sich über Bailey, dass wir den eventuell bekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum hier auf einmal da die tolle Musik einsetzt. So, Rechtsverteidiger haben wir eigentlich zwei richtig, richtig gute. Aber ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach Neuem. Man sollte die Augen niemals geschlossen halten. Wenn sich da was anbietet, dann muss man dazu schlagen. Ich kenne die Tete mittlerweile bei Citi. So, und Kiba, Kiba gibt es nicht ganz so viele, der neue RB Leipzig Torwart Mvogu, Areola, der mal vor ein paar Jahren krass gehalten hat, und der Garius, der aber nicht günstig sein wird, und daher lassen wir das, haben wir immerhin Bayley nochmal bekommen, und ich kann nochmal sagen, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, Kommentare schreiben, mit euren Wunschspielern, welche Transfers sollen wir machen, seid ihr zufrieden mit unserer Saison, seid ihr zufrieden mit mir, habt ihr Verbesserungsvorschläge, immer gern, her damit, ansonsten danke für eure Unterstützung, wir sehen uns im nächsten Mal wieder, vergesst nicht die Videobeschreibung durchzugucken, wie gesagt, viele wichtige Links, mein Patreon Link, meine Homepage, da gerne mal vorbeischauen, nachdem ich sie neu gestaltet hab, ich würd mich freuen, bis dann, ciao, ciao, euer Heelfakti. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, why always me? Ooh, oh, like I'm Balutelli. Ooh, oh, why always me? ARD Text im Auftrag von Funk